Jaa, YOLO hier, wir sind hier auf dem Phoenix Gameserver vom lieben Admiral Fire, der hier neben mir steht. Let's go! Ein kleiner Sneakpick für euch! Ne, also ganz ehrlich, die Offenheit ist für euch, tut mir leid, aber... Ich bin ganz... Ja, gut, dann machen wir... Ich schneide dir das raus, was ich gerade gesagt habe. Okay, weiter geht's. Äh, genau. Der ist Debsdobel, hier ist Brandneu und ne Closed Beta Fit für z.B. YouTuber und Tinder. Der Zinsen ist ja hier so voll und böse drin, für die Leute, die es nicht wissen. Und wenn ihr YouTuber seid, könnt ihr euch auf jeden Fall auf den Kurs, also lerben. Vielleicht macht ihr zu den, seitdem ihr einen Videobeschreibung habt. Und jetzt machen wir, testen wir mal zwei Webs. Von Zinsen, ist ne Closed Beta, aber... Ähm, sie ist halt, ne? Und da könnt ihr noch ein bisschen sehen, was da jetzt vorzunehmen. Jaaaaaa... Jaaaa... Jaaaa... Jaa weg, Mann! Was? Ja, ist das, ja, ist das, ja... Ja... Jaaaa... Du bist jetzt wie Empty Break hier oder was? Leute, ihr wisst, ihr wisst, ihr habt ja so, ne? Einfach viel zu gut, wie du bist. Komm, lauf, lauf, lauf! Jawohl! Jawohl! Da ist der Ausgleich! Da ist der Ausgleich, meine Damen und Herren, wie beim Fußball! Ach! Nein, nein! Stimmt, nein! Jaaaaa! Oh Mann! Ich hab mich auch aufgefallen. Nein, 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 nein! Nein! Boah, wo ist das Wort für das denn gerade? Statement? Ja, Statement, ne? Beef! Oh nein! Hä? Ja, ich wollt eigentlich das grad nicht machen, aber gut! Beef! Nein! Nein! Hahaha! Jetzt bist du auch untergefallen! Also, okay, das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß! Macht viel Spaß, Leute, und es macht richtig! Also, kommt nach der Eröffnung auf Böding Games zu dir! Now! Join now! Nein! Nein! Ja! Nein! Oh! Du musst auch ne Servern-Tradern hochladen wie damals bei dir! Nein! Ja! Man soll keine Community-Tradern! Weißt du noch? Du kommst nicht vorbei, you cannot pass, mein Trend! Nein! Nein, wir haben gewonnen, Leute, let's go! Jetzt noch eine andere. Jetzt kannst du dir noch eine Welt rauslegen. Oh Gott. Ja, Sinti, du kannst gerne mal, obwohl eigentlich die Lobby kannst du zeigen. Du kannst die Lobby ja gerne mal zeigen. Also ja, wir haben hier Gebäude, wir haben hier einen viel zu schweren Parcours. Stimmt, du kannst ja mal demonstrieren. Oh Gott. Leute, ich hab den gebaut. Also wenn irgendjemand bräuchte. Ich hab den gebaut und ich schaff's noch nicht mal selber. Wenn ich den dann irgendwann mal schaffen sollte, ist ja der Absolut. Der Absolut King. Der Absolut King. First Try. Ist das geil. Okay. Ah, kurz Hacks anmachen und hochfliegen. Stimmt. Stimmt. Oh. Und dann kommt man die Lobby und kann dann wohl... Ja, wahrscheinlich. Guck mal, ich kann mich hoch und ich springen kann. Oh, 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 erster. Oh, ey, das ist Cheater, Hacker, Cheater. Cheater, Hacker. Das ist so cool dafür. Und dann kommt man hier in die einzelnen Lobbys. Was? Da darf der Silse natürlich für uns rein kommen. Du darfst euch mal nicht zeigen. Ja, natürlich nicht. Ich spiele auch eine Runde. Äh, ne, ne. Nein, warte, gibt's auch noch ein anderes Spiel, was wir schon mal spielen können? Ne, oder? Nein, wir sind alle noch nicht fett. Shit, okay, dann wär ich jetzt besser. Ja, also wie gesagt, du darfst nur die beiden Maps... Oh, ich muss erst mal irgendwie auf Überlebenswurse. Genau, du darfst nur die beiden Maps nehmen, die wir vorhin getestet haben. Das ist klar. Let's gooo. Dann nehmen wir... Du hattest MLG 1, oder? Äh... Test 1 und MLG 1. Ja, kann sein. Kann nicht, MLG 1. Selbst wenn nicht, ist mir egal. Oh, schade, ich bin so... Nein! Nein! Ah, 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 ah. Ah, ich sehe es ja, weil du wirst es besser. Ah. Nein! Nein! Oho! Wirst du hin? Weg! Mit dir! Du... Nein! Ich kann dich nicht bewegen! Schiebung! Oh! Komm, ja, nein! Was? Also, Leute, ihr seht, das macht sehr viel Spaß. Also, tschuldigung. Vor allem, wenn was so schlechtes wie ich da mache. Wir bringen auch extra noch mehr Maps raus, Leute. Demnächst, wir bringen auch eine Wintermap raus, weil es ja noch Winter ist. Dann gibt's der Ostermap. Oh, es geht besser, aber kommt noch ein Winter raus. Frühlingsmap, Sommermap, Herbstmaps. Dann haben wir Harroweed-Maps und Weihnachtsmaps. Nein! Hä? Warum kann ich mich nicht bewegen, wenn ich spawne? Und wir machen dann später noch Ränge zum Verlosen auch. Ja! Vielleicht für die Leute, die vielleicht auch meinen Podcast hören. Ich hatte ja eigentlich gesagt... Den kann ich auch mal verlinken, den Podcast. ...dass wir die Ränge auch mit Indiengeld gekauft machen. Aber wir haben uns dann doch jetzt dagegen entschieden. Und das heißt, das war das Grün mit echten Geldkaufen. Nein! Hä? Was? Hä? Ja, ich muss leider sagen, wir müssen ja irgendwie auch was machen. Also nicht, weil wir bei so Rögo nicht Geld haben sollen, sondern... Weil der Server kostet. Ja. Und wir wollen auch noch besser machen, wenn ein Windespiel für euch vielleicht auch selber selbst gemacht wird. Wenn ein Windespieler auch und das brauchen wir einfach ein bisschen. Und das ist aber noch besser zu machen. Deswegen... Aber wir haben noch was anderes. Das heißt, es wird regelmäßig Windespieler geben, wo ihr Ränge gewinnen könnt. Wenn ihr ja nicht zwangsweise unbedingt Geld euch ausgeben müsst. Ich darf meine Strähne nicht verlieren. Ich werde schon weg, bis ich... Jetzt aber, mein Freund. Du bist nicht multitaskingfähig, weil ich... Was? Was? Was war das denn? Nein! Letzte Runde, glaube ich. Ne, wenn du 15 hast, sind es ja noch 4. Wenn du nicht zählst. Äh, 5. Hä? Wir können beide nicht zählen. Bist du irgendwie lost? Wir können beide irgendwie nicht zählen. Wir können beide irgendwie nicht zählen. Ich hab das Gefühl. Was? Voicecrack. Was? Ich dachte, du hast keinen Stimmbruch mehr. Was für... Ich hab kein... Hä? Ich bin auch mittendrin. Ach, für Scheiße. Wie habt ihr euch mit den Blocken geschlagen? Oh, yeah. Oh, yeah. Gas, Gas, Gas. Go, go, go. Der letzte ist weiter. Nein, warte. Nein, warte. Nein, aah. Was? Wie viele Runden? Ich hab 15 eingestellt. Ja, ganz genau. Hä? Hä? Ihr kriegt einfach keinen Not-Black. Ich hab halt an die Not-Black für dir. Ja, ja, lalalala. Yeah, yeah, yeah. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Ich glaub, wir sind so ein bisschen los dabei. Weg mit dir! Weg mit dir! Nein, 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 nein! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Ich hab mal doppeltart-kumpels. Weg mit dir! Was? Was ist denn jetzt los? Sag mal! Schau es auf! Wir aufreakt! Hey! Weg mit dir! Was? Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Spielen macht fun, also spielt mit mir. Und join für dich ganz gut. Jetzt kommt da wieder David! Okay, andere Taktik. Defensive Taktik, Leute. Kann ich nicht spielen. Nein, ich darf meine Strähne nicht verlieren. Komm doch her! Das ist... Hi! Komm her! Nee! Okay! Komm ich drüber! Nein! Hahaha! Ey, jetzt wär ich! Wie viele Runden sind das? 15, du! Hä? Sind doch schon längst über 15 Doppels! Nein! Also das ist 15 Runden. Es wird so definiert, dass jemand, wenn jemand 15 Punkte hat, ist vorbei. Achso! Nein! 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 Du wirst es nicht schaffen! Ich werd dich doch einholen! Nein! Ah! Geh weg! Was ist Dreck? Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Du wirst gewandt! Slash! Slash Bun, mein Freund! Oha! Jawoll! Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Nein! Ach, ich hab mich nicht gewandt! Oh! Nein! Ah! Ey, jetzt! Jetzt holt der wirklich auf! Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Nein! Nein! Ich bin Dreck! Ich bin Dreck! Also Leute, man hat verloren sich wirklich praktisch zu spielen. Ja! Also mein easy Spiel. Habe ich so das Gefühl? Nein! Ach nein! Äh! Geh weg! Nö! Du hast doch angefangen! Ich will Dich verlieren! Ich will Dich verlieren! Ich will Dich verlieren! Nee, ich mach das nicht nochmal! Ich bin nicht so dumm diesmal! Also Leute, ihr seht! Xenzen hat tatsächlich die Vertränke am Nutzung! Und für euch wollt ihr das gewinnen! Und ich sag, wenn er das gewinnt, Leute! Gibt es ab der Eröffnung einmal Premium! Und sonst für euch! Oha! Okay! Also jetzt als Verlosung! Sicher! Ähm! Und natürlich wenn wir dann die Ränge haben! Natürlich! Also wenn wir die Blätter eröffnen und noch nicht haben! Junge! Komm mal runter! Okay! Digger! Nein! 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 Also kein Premium voll! Na gut, eine Runde noch! Best of Five! Best of Five, Junge! Ich sag's nochmal! Einmal, es gibt Premium, sobald wir die Premium-Ränge haben! Jetzt hab ich's gecheckt, wie es läuft! Sobald wir die Premium-Ränge haben, gibt es für euch einmal Kosten! Nein! Das auf... Auf, ähm... Zins, aber... Vielleicht war's auf meinem Sound! Hä? Ja, auf jeden Fall gibt es dann Premium-Ränge bei uns! Und... Es gibt... Jetzt sag's schön, dass wir uns hier sind und verlinkt, weil ja, der Premium-Ränge bei euch hat ja... Nein! Nein! Was? Was macht der denn? Weg, 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 weg... Was? 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 Ja genau... Und schon wieder gehe ich entführe auch meine Damen und Herren. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch diese Fälle. Yes, yes, yes! Wow! Ich weiß nicht, kein Scheiß. Nein, 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 nein! Jawoll! Ich habe nicht ausgenommen. Du Scheiß, jetzt habe ich Angst, dass die Prämie verloren muss. Also eigentlich ist die Stimme auch so. Jawoll! Ich habe gedacht, das schaffst du nicht mehr. Stop! Also Leute, das Struggle ist real, Leute. Das Struggle ist real. Das Struggle ist real, real. Nein! Ich kann mich hier reinschießen. Nein! Ich kann nicht... Ey, unfair! Ich konnte mich nicht bewegen, ne? Ja, man kann nicht, wenn man Spawn eine Zeit lang nicht bewegen. Das ist so. Das wäre ja auch guter, wenn der hier los spielt. Aha. Nein! Ich weiß nicht! Pfff! Klapp! Klapp! Das war knapp. Ey! Nein, nein, nein! Das ist die Führung! Oh, scheiße! Ich habe mich gerade beim Verlust. Äh, also... wir wissen, مع Atem N�! Jawoll Das kann mir jetzt keiner erzählen Oke, das reicht JAAAHH Wenn es jetzt länger... ist das egal. Du bist im Team. Dann darf man nichts Wie, bist du denn da boh? T 쿠 장난. Ja, das reicht doch genommen Ich muss jetzt taktisch gehen. Nein! Nein! Taktisch gehen? Nein! Nö! Nein! Oh! Ich dachte mir gerade, du warst! Nein! Ich dachte mir gerade, du warst! Als ob, habe ich mir gerade so gedacht. Digga, da muss ich so hart. Epische Musik geht da! Epische Musik geht da! Wenn es geht, macht dieses Gas Gas, weißt du? Das musst du machen! Der Struggle ist real! Der Struggle ist real, Freunde! Nein! Ja! Das ist so spannend! Ist das wirklich, Digga? Ich schwitze komplett meine Hände! Same! Ja! Nein! Ich schwitze komplett meine Maus! Das ist komplett voll! Digga, same! Ja! 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 Go, 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 go! Nein! Ich bin jetzt da unten durch und dann ziehe ich meinen Kopf wieder. What? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja! Ja! Nein! Nein, nein! Nein! Nein, geh weg! Nein, geh weg! Oh Gott! Nein, nein, nein! Oh, jetzt hab ich kaputt, ich bin schwindelig. Gott, der wird vielleicht schwindelig. Ich muss das Trink rein, Timmy. Dein Zermas ist total gefährlich. Nein! Egal, das muss ja noch spannend bleiben. Du bist ab 18. Nein! Nein! Ja! Ey Leute, das ist so spaßig. Also ihr könnt auf jeden Fall mit meinem Freund spielen. Selbst wenn ihr es nicht könnt, aber einfach... Ich hab ja mal Finsen gesehen, das ging eigentlich relativ schnell. Ja, das zu hören. Dann ab und dann... Ihr könnt ja auch zum Rufen für mich. Geh doch weg! Geh doch einfach weg! Und ich kann empfehlen, viele machen vielleicht Autospringen... Nein, die sind ja... Ja... Viele machen vielleicht nicht mal Autospringen aus, aber hier ist es eigentlich ziemlich hilfreich, kann ich sagen. Nein! Nein! Ich mach's nicht zum bester Vorrat! Nein! Nein! Okay! Nein! Nein! Ey, Digga, das ist jetzt aber... Selbst wenn du das jetzt verkackst noch... Ey, wenn du das jetzt noch verkackst, dann passt du aber trotzdem mega gut gespielt. Ich find's dir einfach mal schön. Nein, nicht so geil! Also wenn du das verkackst, gibt's von mir einmal 5000k Verlosung. Ey, wow! Das ist knapp, Digga! Nein! Ja! Ey, du hättest jetzt durchrennen können! Hä? Hä? Ja, aber... Nein! 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 Aber, Digga! Leute, ihr habt euch gekriegt! Also, Sinterkabon, das heißt, sobald wir den Premium-Range im Shop haben, gibt's einmal eine Verlosung für euch auf dem Server, sind sie verlinkt, die wahrscheinlich da unten. Und, ja, das war's dann die ganze Serie auch. 15 Minuten sind auf jeden Fall vorbei. Weiß ich auch nicht. Muss jetzt auch los. Okay, also... Also dann, ich bedanke mich jetzt im Namen von uns allen, vom gesamten Server-Team, fürs Zusehen, und Sinterkabon das auch. Ja. Also dann, ciao! Ciao, ciao! Tschüss!